Heute nehmen wir euch mit in den Ritterrost Magic Park. Dieser befindet sich in der Reiterstadt Verdenaller, praktischerweise direkt an der Autobahn A27 und mitten im Länderdreieck von Bremen, Hamburg und Hannover. Der Park wurde als Märchenpark Verden 1971 eröffnet. Es folgten einige Eigentümerwechsel und der Park erhielt hier unter anderem den Namen Freizeitpark Verden. 2002 übernahm Familie Seepel den Park und dieser erhielt dann den Namen Magic Park Verden. Familie Seepel gehört unter anderem auch der Serengeti Park, welcher sich nur unweit von diesem befindet. 2019 wurde der Name dann nochmal geändert in die aktuelle Version und in diesem Jahr ist nun dann auch Bastian Lampe mit Teil der Geschäftsführung geworden. Kurz zu Ritterrost. Diese ist eine Figur aus einer Kinderbuchreihe. Hier gab es dann auch noch eine Serie, wodurch dieser doch noch vielleicht bei einigen Kindern bekannt ist. Der Park richtet sich speziell an die junge Familie für Kinder bis zu zwölf Jahren. Aber nun springen wir direkt zu den Attraktionen, welche der Park nun zu bieten hat. Ihr findet definitiv einiges für die jüngeren Gäste und dazu gibt es auch noch viele Möglichkeiten, wo man selbst aktiv wird und sich so richtig schön austoben kann. Habt ihr den hübschen Haupteingang einmal durchquert, führt euch der Weg auch direkt zum Riesensandkasten. Ein großer Spielplatz mit einer Riesenrutsche, die eiserne Welle, das Rutschenland am Ritterplatz. Hierbei handelt es sich, wie man es schon fast ahnen kann, um eine Rutschenanlage. Dann habt ihr hier noch eine Seilbahn und Trampoline. Daneben ist noch der Mini-Ritterspielplatz mit zwei kleinen Mini-Karussells, welche man ganz alleine bedienen kann. Beim Spielplatz gibt es auch noch eine kleine Hängebrücke. Habt ihr diese einmal erklommen? Sie führt euch diese über einen kleinen See, wo es auch noch Ruderboote gibt. In der Nähe findet ihr auch noch die Schrottlandbahn. Ordentlich treten und dann schafft ihr auch die Runde um den Teich. Von dort aus ist es auch nicht weit zum Trimm-Durchfahrt. Bei diesen können auch die Großen ziemlich viel Spaß haben und ihr ein Gleichgewicht zu testen. Hier habt ihr auch die kleine Streichelwiese. Und direkt daneben könnt ihr euch im Riesenlabyrinth Magic Maze testen und müsst in der sechseckigen Anlage mit verwinkelten Gängen und Sackgassen den Weg zur Mitte finden. Und wenn ihr das schafft, werdet ihr mit dem Ausblick von dem Aussichtsturm belohnt. Zusätzlich gibt es im ganzen Park noch weitere Hüpfburgen und Trampolinenanlagen zum Austoben. Und zudem gibt es für kleine Entdecker im hinteren Teil des Parks noch eine Dino-Insel, wo man auf eine kleine prähistorische Entdeckertour gehen kann. Und natürlich gibt es für die ganz Kleinen auch noch zusätzlich Fahrgeschäfte. Auf dem Spielplatz befindet sich wie bereits erwähnt noch zwei Mini-Karussells. Bei Aladin von Technica Park kann man auf dem fliegenden Teppich Platz nehmen und eine Runde im Kreis fliegen. Daneben kann man in den bunten Zuckerwatte-ähnlichen Wolken dem Himmel etwas näher kommen. Und dann haben wir auch noch das Flugzeugkarussell, wo man im roten Baron noch eine weitere Runde fliegen kann. In der Nähe dieser Fahrgeschäfte findet ihr ein ganz nostalgisches Kinderkarussell, welches wirklich klasse aussieht. Ebenso hat der Park ein Mini-Riesenrad im Jahrmarkt zurückzubieten. Daneben findet ihr das Pferderennen, wo die Kleinen ordentlich losreiten können. Und für die Zugbegleiter und Lokführer von morgen gibt es noch zwei Eisenbahnen, die Blechbahn und die Kindereisenbahn. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Rundkurse. Und das Besondere an diesen ist, dass ihr hier alles selber startet, was unserer Ansicht nach auch immer etwas Besonderes ist. Zunächst könnt ihr mit der Oldtimerbahn von SBF Wiesa fahren. Diese versteckt sich hinten beim Spielplatz. Dann könnt ihr auch Platz auf dem Trecker nehmen und mit der Treckerbahn von Metallbau Emmeln eine Runde fahren. Und dann gibt es noch die Drachenbahn Koks Freunde von Metallbau Emmeln, wo ihr selbst ordentlich treten müsst, um mit dem Drachen über die Schiene zu gleiten. Und für die ganz Mutigen unter euch gibt es natürlich auch noch ein paar Fahrgeschäfte. Da haben wir einmal den Eisenkettenflug. Dies ist ein kleines Kettenkarussell, wo ihr noch ganz nostalgischen Sitzen Platz nehmen könnt. Dann haben wir den fliegenden Ritter, eine Schiffschaukel von Metallbau Emmeln. Und direkt am Haupteingang findet ihr noch Rostis Sturmfad, ein Rocking Tuck von St. Perla. Daneben steht Königsbleifußturm, ein Spring Ride von Moser Rides. Die kleinen Dinger haben mehr Airtime als man manchmal vermutet. Und auch für die Wasserratten unter euch gibt es natürlich etwas. Feuerstuhls Wellenritt. Ein klassischer Lockflühen vom englischen Hersteller Big Country Montoneering. Die Wasserbahn steht seit 2003 im Park. Davor fand man sie im Pfadersommerland in Dänemark. Und eines der Highlights ist definitiv die Achterbahn, die eiserne Schlange. Und diese findet ihr direkt neben der Wasserbahn. Dieser Large Tivoli Coaster von Cira ist schon ordentlich rumgekommen. Die Bahn stand als Seeschlange bis 1992 im Hansapark und wurde dann nach Dänemark verkauft. Seit 2003 ist sie nun Teil des Magic Parks. Ein weiteres Highlight des Magic Parks ist definitiv der Märchenwald, welcher euch bereits seit der Eröffnung des Parks verzaubert. Dieser ist Teil der Deutschen Märchenstraße und ihr findet dort sechs Märchen in Großkulisse. Dort werden euch die Märchen mit bewegten Figuren in Kurzform einmal erzählt. Das erste Märchen ist Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm. Dort könnt ihr von weiter oben das tolle Pfefferkuchenhaus der bösen Hexe betrachten. Eigentlich schade, dass es hier noch keine Gerüche gibt. Das wäre mit Sicherheit echt himmlisch. Von Hänsel und Gretel aus geht es direkt durch den Wald zum Märchen von dem Hasen und den Igel. Dies ist ein volkstümliches Märchen von Wilhelm Schröder, wo der kleine Igel den Hasen ordentlich an der Nase herumführt. Danach führt euch der Weg zum Märchen der chinesischen Nachtigall. Wir persönlich kannten das Märchen vorher noch nicht, aber eher vielleicht. Danach kommt ihr zum nächsten Märchen, das Blumenwunder von Helmut Reich. Passt bloß auf, was die Paula da so alles anstellt. Bei Märchen Nummer 5 landet ihr im Schlaraffenland. Das ist ein Märchen von Ludwig Bechstein. Das ist das Land der faulen Affen. Dies ist ein Ort, in dem alles im Überfluss vorhanden ist und wo die ganzen Faunen leben. Und das letzte Märchen ist Dornröschen, die schlafende Schönheit von den Gebrüdern Grimm. Das sollte einigen von euch doch bekannt sein. Und der Magic Park hat sogar zwei Shows zu bieten, was wir bei so einem kleinen Park nicht als selbstverständlich empfinden. Im Schrottland-Theater könnt ihr zunächst eine klassische Zaubershow mit Ben Jamin erleben. Und dann gibt es noch die Fabulous-Show. Gemeinsam mit dem Magier Fabulous geht ihr auf eine märchenhafte Reise in seiner Welt voller Wunder. Zudem könnt ihr Ritter Rost zu bestimmten Uhrzeiten beim Fotopoint am Schrottland-Theater treffen und ein Foto mit ihm machen. Und wer ordentlich am toben und fahren ist, muss auch mal eine Pause machen und etwas trinken und natürlich auch futtern. Hier gibt es einiges an Auswahl im Magic Park. Hier haben wir einmal das Restaurant. Hier werdet ihr bedient und könnt unter anderem auf der Terrasse Platz nehmen. Zudem findet ihr im Park auch noch eine gute Auswahl in Imbissen. Das Ritter Rost Schlemmerland direkt am Eingang hat Currywurst, Pommes und weiteres Snacks zu bieten. Besonders lecker, die Spirellos haben wir schon selbst getestet. Dann der Ritter Imbiss am Spielplatz. Zudem bekommt ihr im Feuer und Flamme Pizza oder Pasta. Und das neue Highlight, die Brutzelbutze, wo es äußerst leckeres Hähnchen gibt. Was natürlich wir auch schon getestet haben. Für alle Leckermäulchen gibt es auch noch eine kleine Eisdiele, ein Soft-Eisstand und eine Bude mit Süßwaren. Und jetzt haben wir noch ein paar Infos zur Planung von eurem Besuch. Wir empfehlen euch hier immer einmal die Parkhome-Patch zu checken, um zu schauen, ob der Park an eurem Wunschdatum auch geöffnet hat. Ihr könnt hier datierte Tickets online buchen, bekommt diese aber auch zum selben Preis an der Tageskasse. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Die weiteren Preise blenden wir euch hier jetzt einmal ein. Es gibt auch noch ein paar besondere Preise, wenn man nur für ein paar Stunden in den Park geht. Zudem habt ihr auch die Möglichkeit, eine Jahreskarte zu erwerben. Ebenfalls könnt ihr euch an der Kasse für euren Besuch einen Boilerwagen für fünf Euro für den Tag Ausleihen. Wie bereits erwähnt, befindet sich der Park direkt an der A27 und hat einen kostenfreien Parkplatz. Der Ferdner Bahnhof ist knapp drei Kilometer entfernt. Und zum Abschluss möchten wir natürlich auch noch ein paar Worte sagen. In den letzten Jahren ist wirklich viel passiert. Wir finden, der Park ist wirklich ein schöner Ort für junge Familien mit Kindern bis zu circa acht Jahre. Und natürlich ist auch einiges schon in die Jahre gekommen. Aber ich finde, das hat irgendwie auch seinen Charme, wenn es noch Dinge gibt, die man vielleicht noch von früher kennt. Aber der Park hat definitiv viel Potenzial. In diesem Jahr gibt es ja auch einen neuen Geschäftsführer. Und der steckt wirklich sehr viel Herzblut in den Park. Und man merkt, dass er wirklich Leidenschaft dafür hat. Und wir sind wirklich gespannt, was uns da jetzt erwartet. Natürlich braucht das alles immer etwas Zeit. Da muss man immer ein bisschen geduldig sein. Aber wir freuen uns auf die nächsten Jahre und werden natürlich auch dann öfters mal vorbeischauen, da wir auch in der Nähe wohnen. Und wir hoffen, euch hat der kleine Parkcheck gefallen. Und bis dahin, passt auf euch auf. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Bis dann. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.